Wir hätten eigentlich auch zusammen ein Boot gekönnt, aber wir haben ja jetzt genug Holz. Ja. Okay, wohin? Hä, was denn jetzt? Du bist gegen mein Boot gefahren! Ha, Zuckerrohr! Ich hab Zuckerrohr gefunden! Hey! Oh, meine lieben Cubstars, und willkommen zu diesem neuen Video. Wieder zu einer Folge Baro. Mit dabei wieder der liebe Lanza-Star. Hi! Und es sind momentan vier Leute auf dem Server, und dann würde ich sagen, joinen wir jetzt auch. In drei... Und da bin ich. Ach, bist du schon drauf? Okay, warst du schon wieder früher. In der Folge gerade hat man ja Internetprobleme. Das ist jetzt eine Stunde oder eineinhalb her, und wir hoffen einfach mal, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Beziehungsweise tut das Internet schon am Wochenende, als Baro-Start war... Achso, ich hab' noch Schutzzeit. Hatten wir ja auch schon leichte Probleme, aber es war nicht mal ansatzweise so schlimm wie jetzt. Ich mach' noch mal ein Schwerter. Das ist nicht genug für beide Brustpanzer. Ich hab' noch vier. Ja, wir können uns zwei Hosen machen. Mehr können wir uns... Brustpanzer können wir uns nicht leisten. Ja, dann... Wir könnten uns höchstens zwei Hosen machen. Nee, dann... Dann würde ich sagen, lassen wir uns erst mal, oder? Ähm, soll ich uns zwei Boote machen? Ich will die Hosen. Lol, du hast schon wieder abgebrochen. Es geht schon wieder los, was ist denn da? Ja, aber das war mal... Nee, ich hab' nur die Hälfte geredet. Ganz ruhig bleiben. Achso. Oh, ich hab' schon einen Schock gekriegt. Soll ich zwei Boote machen? Wollen wir jetzt... Gib mir mal erst mal deine Dias, dann mach' ich uns zwei Hosen. Also, wir machen mal zwei Hosen. Ja. Gut, soll ich jetzt... Ja, zwei Hosen. Soll ich jetzt die zwei Boote machen? Gut, weil dann fahren wir jetzt dann auf dem Wasser rum. Vorsicht, hier die Hose. Oh, boah. Ach, hab sie schon. Oh. Ich nehm' die Kiste mit. Guck' mal, wie es au... Jetzt. Guck' mal, wie cool das aussieht. Die Hose und sonst Eisen. Ich blöde hier noch mal zu. Wollen wir hier noch mitnehmen? Ähm, qua... Ja. Die Hose ist einfach alles mitfertig. Ach. Du Scheiße, noch mehr, die kommen. Okay, dann... Nee, die haben... Nee, die haben... Die haben das Spiel verlassen. Die haben das Spiel verlassen. Achso, okay, gut. Ähm... Wollen wir uns da wieder... Wollen wir da wieder entlang? Unseren alten Gang? Ja. Zu scheißegal. Wobei, wenn wir... Ne... Ja, unser Altergang... Ja, unser Altergang ging nämlich grad aus. Ich würd' sagen, jeder Einzelne baut sich einfach hoch, oder? Ich hab' so viel... Ich hab' so viel... Ich hab' so viel Couples. Bis Lapis. Hm. Mit dir ist einfach Lapis. Wir dürfen nur... Ah, da. Ich baue's ab. Ich schaff' mir's von der Zeit nicht. Dann fahren wir jetzt, also das Ziel heute ist, dass wir Zuckerrohr finden, ne? Weil... Es war eigentlich dumm von uns kein Zuckerrohr in der ersten Folge mitzunehmen, beziehungsweise in der zweiten zu holen. Weil... Weil wir müssen vielleicht etwas weiter weg, weil wir sind ja immer noch auf der Hauptinsel beim Portal. Beziehungsweise... Beziehungsweise am Ende der Folge nicht mehr, weil es ist schon Folge Nummer 6. Ne... 5. 5. Ich schaff' mir das nicht. Pass auf, da ist ein Eisdinger. Die wollte... Ja, ich baue's da ab. Ah, jetzt... Nein, jetzt hab' ich die Dia-Spitzhacke genommen. Naja, egal. Die... Hey, ich kann... Ich kann's nicht eins... Folge. Jetzt. Ähm... So. Sag' mal, wie brauchen wir denn noch? Naja, wir waren ganz unten, also von daher. Weil meine Spitzhacke halt nix mehr so lange, deswegen hab' ich grad' ein bisschen Panik. Nett, ich hab' noch die Dia und... Ich weiß nicht, ob ich noch eine hab'. Okay, hoffen wir jetzt einfach mal, dass... Ne, das ist doch noch nicht oben. Ich hab' gedacht, weil da Erde war. Ja. Wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt in den Berghaus. Äh, ja, hier... Ja, hier ist Erde. Nein. Aber es ist es noch nicht. Ich hör' nur ein Skelett verrecken. Oh, ne. Wir können Pech haben und es ist Nacht. Jetzt bin ich oben bei der Erde. Ist Nacht? Ich warte hier mal auf dich. Ich warte... Nein, es ist Tag. Ich hab' noch nicht... Sneak ab jetzt mal, weil es könnte sein, dass da gleich jemand steht. Jetzt hab' ich schon wieder die Dia genommen. Da ist gleich eine Crafting Bench. Ähm, wollen wir noch ein wenig Holz mitnehmen, oder? Ähm, ja, weil ich hab' gar keins mehr, aber ich hab' keinen Platz mehr im Inventar. Ich hab' mein ganzes Inventar ist voller Cobblestone. Das kann ich ja auch wegschmeißen. Ja, das kann sein. Hier ist irgendwie ein komisches Loch. Ich guck' mal, ob ich hier vielleicht ne... Dass ich hier ne Höhle finde, oder was? Ähm, dann gehen wir dahinter zum Wasser und... Wohin? Wohin? Sind wir jetzt alleine auf dem Server? Ja, wir sind alleine. Wir sind alleine. Oh, das ist super. Brauch' man ja nicht... Da hier... Hier hinten ist doch gleich Wasser. Lol! Da ist der... Da ist der... Da ist der... Da ist der... Junkfehler. Ich weiß, wo wir sind. Ja, ich auch. Dann... Ja, ich auch. Nein, wir holen's nicht. Lass aber mal... Lass mal weg... Lass mal weggehen, weil das jetzt noch zu gefährlich da jetzt so ewig... Bäume zu fahren. Der ist ein Skelett. Ja, warte... Den einen Baum hier baue ich jetzt noch ab. Ähm... Ich nehm' hier mal Essen. Ja, wir brauchen auch Essen unbedingt, weil ich hab' nur noch vier Fleisch. Wie viel hast du? Ich hab' gar keins, aber hier sind lauter Kühe. Komm' halt mal hierher. Oh Gott, da ist ein Skelett. Einweihung vom Tierschwert. Das hab' ich gemeint. Ne, ich nehm' das jetzt noch nicht. Ich hab' da noch solche Angst, dass mir kaputt geht. Ja, ich wollte... Oh, ne, das sind zwei... Nein, das sind... Das sind lauter Creeper. Das sind noch zwei. Wo bist du? Wo bist du? Ähm... Ich bin da, wo wir uns rausgebaut haben. Bin ich gleich nebendran. Hä, scheiße, jetzt haben wir uns verloren. Doch, da drüben bist du. Ich bin gleich hier. Da drüben sind noch zwei Creeper. Und ne, ich konnte das Fleisch nicht aussammeln. Ja, okay, gib mal einfach die Boote und wir gehen weg. Vorsicht! Ah, geh weg, geh weg! Ich kann nicht mehr sprinten, ist das Problem. Vorsicht, 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 Vorsicht! Oh, ja. Oh, die Level hol' ich. Wir hätten eigentlich auch zusammen ein Boot gekönnt, aber wir haben ja jetzt genug Holz. Ja. Ähm... Okay, wohin? Hä, was jetzt? Ähm... Bist du unter? Du bist gegen mein Boot gefahren! Ich hab's gemerkt! Warte mal, lass mich mal... Lass mich mal mit rein. Dann fahren wir zusammen ein. Äh, wieso kann ich mit rein? Ich fahr mal an Land. Was auch wenn da eins gleich auch noch kaputt geht. Lol. Äh, es ist, äh, 1.8.9, da kann man nichts zusammenfahren. Ach ja, hä, ne, 1.8. Ja, stimmt, da geht es ja noch gar nicht. Oh Gott, da ist noch ein Prüfer. Wo waren hier das Crafting Table? Nee, ich lauf jetzt nicht zum Crafting Table. Ich geb dir unseres. Das dauert... Nee, ich hab auch noch... Ich hab auch noch eins. Ich hab auch noch eins. Gut. Wir haben eh schon wieder richtig viel Zeit. Weil ich hab hier das DLP-Dix. Ui, was ist das denn? Ähm, es kann hier stehen lassen. So davor, oder? Ja. Aufs auf. Ich würde mal sagen, wir fahren hier einfach jetzt mal am Rand entlang. Nicht mehr, dass hier vielleicht Zucker drauf sind, ne? Ja. Weil ich glaub, das wär jetzt erst mal am wichtigsten. Nein! Ah! Ah! Oh, ist auf! Ist es schon wieder kaputt gegangen? Ja. Mann, wie fährst du denn? Ja, das wüsste ich grad auch mal gar nicht machen. Noise Crafting Table schnell. Platziert es. Also, ich muss Boot fahren üben. Oh ja, das ist ein Klangfehler. Wo bist du? Ach, du bist nur noch da. Ich fahr mal... Dann findet man es natürlich nicht. Und da fahren wir doch mal aufs Meer raus, weil hier war vielleicht schon überall jemand. Da oben ist ein Schwein. Äh... Was? Was, Veit? Was? Was schreib ich? Ja, die sind neu. Die sind scheiße. Wie schreibt man Veit? Ich bin so dumm dafür. Ha! Zuckerrohr. Ich hab Zuckerrohr gefunden. ich habe zu können die freunde schwert und rüstung schreiben ich mag ja ja ich habe zucker wollen wir noch schnell verzaubern ja wo denn aber da würde ich immer wieder unter wasser oder unter wasser und ja aber lassen ja ich habe noch die dir noch eine fast kaputte stein dass man hier noch die schweine ja direkt runter weil ich habe nichts mehr kein essen mehr bitte lauf jetzt bitte nicht mehr so ewig war ja ich bin gleich ich will nur die schweine alle töten weil sonst haben wir echt ein essensproblem heißen und die hose jetzt bitte runter weil ich habe jetzt wirklich kein essen wir haben jetzt gerade den zu gefährlich hier ja du musst auch warum ich habe keine spitzhage mehr einfach nur noch eine höhe runter gesagt ja und jetzt einfach geradeaus das nur dass wir ein bisschen aufenthaltsplatz ab jetzt habe ich mich hier verbaut habe ich hier nicht mit erde gebaut habe ich ja schon mit das crafting table nicht mitgenommen verschwendet unser ganzes holz ich habe noch genug naja hab ich eigentlich nicht die öfen mitgenommen ok ja 8 ich habe die 8 war mal drei blätter und wo ist das leder das habe ich jetzt habe ich schon gedacht hier gibt es dir das für kohle dafür da hast du noch was soll ich gleich wir können noch ein buch machen iron du hast die dias schmeißen wir mal rüber ich habe keine mehr habe ich auch gesagt haben wir jetzt alle dias verarbeitet oh gott sind wir holen nö alter ja dann lass kurz wieder farmen gehen nee als ob wir jetzt alle dias verarbeitet haben alter wie dumm sind ja ich dachte du hast noch zu modell so ich habe gesagt ja dann sind alle dias weg und du so ja mach und dann habe ich gedacht fahre ich hab da jetzt dran gedacht ich hab dir ja die vier gegeben ich hatte oh gott ist sowohl als ob wir jetzt so dumm sind oder waren ja jetzt kann man halt noch kein crafting table machen egal wollen wir fighten oder nicht ja ne ja 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 also jeder der das schaut wird es hundertprozentig in die kommentare schreiben wir gehen einfach mal so runter auf höhe elf ok ja ich schaue wieder in die koordinaten da musst du nicht so viel schneiden ja aber du bist noch nicht bei mir ach so über das loch gehst du bist du mal ähm du hast das eisen vergessen naja ich krieg hier inventarprobleme ach könntest du mir noch das essen mitnehmen wo oben drin liegt oder bist du jetzt auch schon unterwegs ne das hole ich ja grad die kies schmeiß ich weg nimm mir das essenbill mit ja ich kann es nicht öffnen im blog egal ich guck jetzt auf f3 ich hab jetzt keine lust auf dich zu gehen ah jetzt hier ist direkt eine höhle ich guck mal kurz oben rum ob da die nein ich bin eben in die höhle reingefallen warte ich komm mit wasser runter ich ja ich hab ich hab schon bin schon da nicht 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 geh da nicht hin das ist viel jackpot komm wieder hoch egal wir werden eh gleich gekickt wir werden eh gleich gekickt ja aber das ich will nicht hier gleich wieder spawnen wer weiß was hier für Viecher sind boah ich will noch probieren hochzubauen nein 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 und wieder oh oh probier wieder hochzubauen ne ich krieg's nicht hin mit wasser ich weiß ich verreck an essen was ich krieg an ich verreck an essen jetzt schon komm wieder runter komm wieder runter schnell ja und du hast alles ich verreck komm wieder runter schnell schaffen wir nimmer schaffen wir schaffen wir nicht mehr wie oft denn noch überlebst du's überlebst du's ich schaff nicht ich hab nur noch 10 minuten mehr aber wenn ich das nächste mal joinen bin ich direkt down ich hab nur noch vier herzen und einen hungerbalken als ob ja ja bin raus oh fuck okay ich bin auch gleich raus okay ich muss das nächste mal halt dann gleich das fleisch in die hand nimm dir hin schmeißen und du musst essen und du musst auf den server kommen direkt ich muss als erstes drauf nimm das fleisch in die hand und schmeiß es dir hin sofern ich muss mich aber noch so hoch bauen dass ich auf der gleichen höhe bin wie du ähm wie viel herzen hattest du noch vier was vier gut äh das könnte man schaffen das könnte man schaffen okay hoffen wir mal sonst haben wir ein problem aber Leute dann würde ich sagen ja ja mach du aber Leute wir hoffen euch hat diese chaotische Folge Baro trotzdem gefallen wir sind echt dumm irgendwo ich hätte gleich essen geben müssen eigentlich das wir am schlauesten gewesen ja und hinterlasst uns doch einen Kommentar und bitte nicht so oft in die Kommentare schreiben mit den Dias das war echt dumm von uns und waren wir beide dran schon weil ich habe an dem Moment auch mit dran gedacht egal du findest du schon nochmal welche ja und schaut auf jeden Fall mal bei Cubestar vorbei Schaut auf dem langen Cubestar vorbei bitte und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt könnt ihr jetzt gerne rein abonnieren und wir sehen uns dann in unseren nächsten Videos wieder Ciao Outro